Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend und vielen Dank. Ich habe heute, wir haben es gerade mal durchgezählt, in der 50. Ausgabe dieser Sendung, der Talkshow hier später der Abend, zwei Gäste, von denen man eigentlich sagen kann, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die sie miteinander verbinden. Nämlich die Tatsache, dass sie, wenn man es in Archive genommen hätte, ganze Bände von Zeitungen gefüllt haben. Das ist das eine. Was sie unterscheidet, ist dann eher die Tatsache, um den einen ist es in letzter Zeit, zumindest in Deutschland, etwas ruhiger geworden und der andere hat gerade jetzt, in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, Schlagzeilen gemacht. Viele, manchmal vielleicht zu viele. Eine besonders einleuchtende, habe ich mitgebracht, die heißt DDR-Millionär, der sich im Westen wohlfühlt. Das ist ein bisschen zu kurz, um noch zu stimmen. Was daran stimmt, wollen wir sehen. Manfred Krug. So sieht ein DDR-Millionär aus, meine Damen und Herren. Herr Krug, was daran war? Millionäre stapeln ja immer tief. Deswegen habe ich meine teure Jacke auch draußen gelassen heute. Na, aber ich meine, es hat eine ganze Menge von Schlagzeilen gegeben, eine ganze Menge von Berichten, auch im Fernsehen, auch im Hörfunk. Der DDR-Millionär, der sich im Westen wohlfühlt. Was ist denn mit dem Wohlfühlen? In der Kürze? Darüber grübele ich wohl noch ein bisschen und ich glaube nicht, dass man nach 14 Tagen so genau sagen kann, wie wohl man sich wirklich fühlt. Allerdings habe ich mit einem Sprung ins kalte Wasser gerechnet und bin eigentlich ganz erfreut, dass er nicht so kalt war, der Sprung. In Berlin zumindest habe ich eine Menge Freunde wieder getroffen, alte Leute aus der DDR, auch heute in der Maske. Die Leute, die mir die Glatze... In der Maske hier bei uns? Ja, hier im WDR in Köln, die mir die Glatze ein bisschen dunkler gemacht haben, weil es im Gegend nicht so unheimlich glänzte. Die waren beide auch aus der DDR, die kannte ich schon von der DEFA her. Und dann habe ich auch neue Freunde gefunden, schnelle Freunde freilich, und man wird sehen, ob sie in einer schwierigeren Situation immer noch Freunde sind. Ich stehe so ein bisschen da wie einer, der mit verschränkten Beinen dasteht und dringend muss. Und ich bin sozusagen auf der Durchreise hier und fahre morgen früh weg. Ich muss sozusagen weg. Und da will ich jeden Kilometer richtig schön in mich reinfressen und abdienen an den Straßen und fahre dann nach Frankreich und irgendwo hin ins Blaue. Ja, bevor wir jetzt also auf das kommen, was Sie demnächst tun, ich würde ganz gerne doch noch mal ein kleines Stückchen zurückgehen. Ich würde mir ganz gerne mit Ihnen und Zuschauern einen kleinen Ausschnitt angucken aus einer Sendung, die Sie nun für wahr besser kennen als wir alle. Aber einfach so zur Auffrischung noch. Und mal eben gucken, ob die Regie uns die mal geben kann. ...mit Musik befassen und findet wahrscheinlich lustig. Als nächstes kommt dieses tollkühne Lied. Parlez-moi d'amour. Damit habe ich mich furchtbar gequält, sage ich ganz ehrlich. Ich hatte das Glück, dass zwei Freunde mir geholfen haben. Der eine ist der bekannte Witzmacher und Pressezeichner Willi Möse. Ist auch dadurch bekannt, dass er verheiratet ist mit der Fernsehansagerin Maria Möse. Ich weiß, Klatsch ist gefragt. Ich muss Ihnen ein bisschen... Das kommt ja bei uns in der Zeitung nicht vor, nicht? Ich muss Ihnen ein bisschen was erzählen. Und der war wirklich ganz lieb zu mir. Der hat gesagt, du machst das so schön. Kisserat machst du so schön. Also ich vermiete die Platte jetzt immer, weil sie ja nicht zu kaufen gibt, vermiete ich die immer als Sprachkurses für Spanisch, nicht? Natürlich ein tolles Kompliment gemacht. Der, der mir das Französische beigebracht hat, kann seine Platte übrigens nicht vermieten. Der muss die behalten. ... ... Vielen Dank. 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 Das ist eigentlich nicht ganz die Musik, die Günter Fischer und wir gemacht haben. Wir haben auch Jazzkonzerte und sowas gemacht und hätten also durchaus mal eine Dreiviertelstunde bestreiten können. Ich weiß nicht, damals hatten wir noch den Direktor Schröder bei der DV, der hat mich dann extra in sein Stadtbüro bestellt und gemeint, das wäre eigentlich nicht so gut. Aus tagespolitischen Gründen lassen Sie es doch weg und so. Ich höre mich trotzdem ganz gerne, also auf diesen Begriff, auch wenn es Ihnen wahrscheinlich ein bisschen lästig ist, weil ich so viele gefragt habe, auf den Begriff Privilegien nochmal. Und Herr Krug, was mich da interessiert ist eigentlich, gar keine Frage, dass Sie in der DDR zu dem gehört haben, was man also zu Deutsch Top Stars nennt. Da braucht man, glaube ich, nicht weiter darüber zu reden. Das ist ein Wort, das haben wir nicht benutzt, das überhaupt, ich habe nie das Wort Star. Also zu den bekanntesten Leuten im Showgeschäft. Das kann man sicher bei aller gebotenen Bescheidenheit sagen. Privilegien, ich weiß nichts davon. Ich will Ihnen sagen, was ich meine. Sie haben in der Villa gewohnt mit, einfach mal schlicht aufgezählt, ich glaube mit elf Zimmern. Sie haben für DDR-Verhältnisse beachtlich einen Haufen Geld verdient. Ich weiß nicht wie viel, aber mehr als viele andere. Nicht nur ein Auto gehabt, sondern sozusagen Autos gesammelt. Und was mich jetzt einfach interessiert ist, wieso hatten die Mehrheit eigentlich noch Sie getragen mit Sympathie? Warum haben die nicht irgendwann empfunden, haben gesagt, es ist ganz jemand anders als wir? Weil sich dieser Reichtum, von dem Sie da sprechen, ja doch in überschaubaren Grenzen gehalten hat. Ich habe ein Einfamilienhaus bewohnt. Ob das elf Zimmer waren, weiß ich nicht. Es waren, glaube ich, nur acht oder neun. Also gut, ja. Ich habe, da sind auch Kammern dabei und einen Wintergarten oder was. Ich hätte ja auch gerne ein kleineres genommen, aber in der Zeit gab es halt nur dieses große zu kaufen. Zuerst wusste ich gar nicht, wie ich es bevölkern soll, aber dann ging es nachher halt mit drei Kindern und Katzen und so weiter. Dann hatte ich also ein Auto, das ist eingeführt worden als Geschenk. Dafür habe ich ordnungsgemäß meine Einfuhrgebühren bezahlt. Und dann hatte ich also ein paar alte Schrotthaufen. Und von diesen Schrotthaufen habe ich fünf mit hergebracht. Die sind immer noch nicht restauriert. Das, was ich mir als Rentnerarbeit vorgenommen habe, ist immer noch nicht getan. Wissen Sie, und dafür habe ich meine Arbeit sehr anständig gemacht. Und die Leute haben gesagt, naja Gott, der macht seine Sache ganz gut. Warum soll der nicht ein Einfamilienhaus haben? Warum soll der nicht also alte Schrotthaufen sammeln und dann in mühevoller Sonnabend-Sonntag-Arbeit versuchen, die aufzubauen? Aber das war es auch an Privilegien. Und ich meine, es gibt also gerade hier in dieser Welt Leute, die würden milde darüber grinsen, dass einer einen alten Opel hatte oder so. Lassen Sie mir das milde Grinsen auf, weil ich weiß, dass es sich also in dem Sinne nicht um einen alten Opel handelt, sondern schon auch um ein bisschen was Älteres. Klaudern Sie doch ruhig drüber. Ich weiß nicht, Sie haben richtig schöne alte Autos gesammelt, für die man hier, wenn man sie zusammengebaut hat, erstmal richtig viel Geld kriegen kann. Aber lassen Sie mich nach dem Geld nochmal fragen. Ich will wirklich gar nicht jetzt was Einzelnes von Summen wissen. Das ist so schwer vorstellbar. Wenn jemand drüben vergleichsweise viel Geld verdient hat und plötzlich hier ankommt und sagt, ich muss jetzt erstmal hier Kohle machen, Geld verdienen, weil ich keins habe. Was ist eigentlich mit Ihrem Geld geworden, was Sie drüben hatten? Sehen Sie, das hängt damit zusammen, dass ich all die schönen anderen Sachen hatte. Das ist der Grund dafür, dass ich nie Bargeld hatte. Ich hatte also nie ein hohes Bankkonto. Und außerdem ist ein festangestellter Schauspieler in der DDR, was seine materiellen Lebensumstände angeht, so gesichert, das kann ich wirklich sagen, denn ich habe gehört, Sie haben bei Stefan Haim, Ihr Kollege hat bei Stefan Haim einigen Ärger gekriegt, weil der Stefan Haim mal so freundliche Sachen über die DDR gesagt hat und da nicht widersprochen worden ist. Wenn Sie widersprechen wollen, tun Sie es ruhig. Also der ist da so gesichert, dass er sich sozusagen kein ungeheuer hohes Bankkonto gönnen muss. Der kann sich wirklich um Steckenpferde kümmern. In meinem Fall war es jedenfalls so. Wir haben auch viele Schauspieler. Davon sind auch viele schwer zu beschäftigen. Ich war gut beschäftigt, ich habe gut verdient, aber ich habe mir nie viel Bargeld geleistet. Im Übrigen sehen die Gesetze vor, dass man kein Bargeld aus der DDR bei einer genehmigten Übersiedlung mitnimmt in die BRD. Daran habe ich mich gehalten. Ansonsten ist mir hier immer, ich höre seit 14 Tagen, Mensch, Sie durften das alles mitnehmen und ja, das ist doch aber auch wieder ein Privileg. Das stimmt einfach nicht, das ist einfach nicht richtig. Jemand, der hierher übersiedelt, darf seinen Hausrat und seinen Kram mitnehmen, es sei denn, er nimmt einen Rembrandt mit, wissen Sie. Ein Rembrandt wird in sozialistischen Ländern nicht angesehen als ein Kunstwerk, das einem Einzelnen gehören kann. Da kann man ja auch durchaus drüber streiten, ob das überhaupt so zu definieren ist. Das meine ich. Und ich hatte keinen Rembrandt, sondern ich hatte also fünf Ölgemälde, Essig und Öl und ein paar Grafiken und was man eben so an der Wand hängen hat. Aber was den übrigen Kram angeht, da hatte ich halt wirklich ein bisschen mehr. Eine Haushälterin zum Beispiel, ich meine nicht an der Wand hängen, aber auch das ist nicht ganz gewöhnlich, dass man die mitbringen kann. Gut, ich glaube, man hat also in diesem Punkt und in diesem Fall verstanden, dass diese Frau zwölf Jahre in unserem Haushalt mit uns zusammengelebt hat, den Kindern eine zweite Mutter geworden ist und also wirklich eine Art Mitglied der Familie geworden ist. Die hätte da also ziemlich alleine rumgestanden und gesagt, mein Chef ist weg und ich sitze nur da oder so. Ich finde das richtig verstanden worden und ist auch bewirkt worden. Das ist ja gut bei dem, was Sie, also wenn wir das jetzt mal weglassen, was Sie mitgebracht haben, mit das Wichtigste ist ja sicherlich einfach an Kapital, wenn man so will, das, was Sie tun können im Beruf hier. Was mich jetzt interessieren würde, einfach so nach, wie viel sitzt jetzt, 14 Tage ungefähr, knapp, die Sie hier sind, sicherlich eher Befürchtungen zu sagen, oh Mann, ich muss mir hier was suchen und muss mal überlegen, ob ich unter Umständen hier auch so was wie Arbeitslosenunterstützung kriege. Oder ist denn eher die Flut von Angeboten so groß, dass Sie jetzt schon überlegen und differenzieren müssen und sagen, was mache ich und was mache ich lieber nicht? Nun, ich will nicht von Flut sprechen, aber es gibt Angebote und Sie können sicher verstehen, dass man nicht gerne über ungelegte Eier redet, aber ein Ei ist gelegt soweit. Es ist ein Film, den die Berliner Produzentin Regina Ziegler machen wird, produzieren wird, zusammen mit Chamonix und inszenieren wird ihn Marianne Lüttke und mitspielen soll, wenn es geht, Angela Winkler. Und ich soll mit ihr zusammen da also spielen und ich freue mich auf die Arbeit. Das wäre eine Sache, die wir in den Monaten Oktober, November machen werden in Berlin. Ich habe einen ersten Entwurf vom Drehbuch gelesen und glaube, dass das eine interessante Geschichte werden kann. Und wenn es jetzt um die Jatzerei und um Musik überhaupt gibt, tut sich da was? Oder würden Sie eher sagen, im Schwergewicht muss ich hier eigentlich Schauspieler werden? Ich sage Ihnen gleich, warum ich das frage. Weil man zeitweilig das Gefühl hat, nicht mal ein Ich zumindest, dass wenn man sich hier das anguckt, was im Augenblick in der DDR an Musik vorhanden ist, das durchaus gut ist von der Qualität her und irgendwie für unsere Begriffe manchmal ein kleines bisschen muffig wirkt, ein kleines bisschen angestaubt, ein kleines bisschen in der Zeit hinter dem her, was hier passiert. Das heißt, müssten Sie dann eigentlich, wenn Sie hier mit Musik was machen wollen, völlig neuen Tritt fassen? Oder glauben Sie, dass Sie das weitermachen können, was Sie drüben gemacht haben? Nun, ich glaube, dass auf einigen Bereichen der Unterhaltungskunst und Unterhaltungsmusik in der DDR Ihr Eindruck, dass das eine Sache, die ein bisschen staubig klingt, ist, ein persönlicher Eindruck ist. Zum Beispiel die Musik, die Fischer und ich gemacht haben. Dazu stehe ich nach wie vor. Ich glaube, dass man die immer noch machen kann. Mit Jatz alleine ist schwer durchzukommen. Nicht nur in der BRD, sondern auch bei uns. Man wird sich also darum kümmern müssen. Jatz betonte, Tanzmusik zu machen, Unterhaltungsmusik zu machen. Nun ist mir dabei wieder völlig klar, dass ich also nicht der Typus bin, der also hier etwa in der ZDF-Hitparade mitmimen könnte. Möchten Sie gerne? Nicht mehr. Nein, das möchte ich auch nicht gerne. Aber nicht, weil ich es nicht möchte, sondern weil ich glaube, ich kann das nicht. Bitte diesen feinen Unterschied zu beachten. Denn ich glaube, dass jemand, der ein sehr schlichtes Lied vorträgt und den Mut hat, dazu auch die richtigen Fratzen zu schneiden, der muss auf irgendeine Weise auch dahinter stehen hinter so einem Lied. Der muss es also können und wollen. Und wenn man nicht dahinter steht und es nicht will, dann schneidet man die falschen Gesichter dazu und dann glauben die Leute das einfach nicht mehr. Das heißt, ich muss mir also wirklich was anderes einfallen lassen. Im Wesentlichen glaube ich aber, dass es auch in der Bundesrepublik heißen würde, man unterschätzt das Publikum, wenn man ihm nicht zutraut, dass auch hier eine Schlagermusik möglich ist und denkbar ist, die eine Nummer höher angesiedelt ist vom musikalischen Aufwand her. Auch in deutscher Sprache vielleicht. Das muss ich aber erst lernen, das weiß ich wirklich noch nicht. Hat sich eigentlich so in der gesamten Zeit, in der Sie in der DDR gearbeitet haben, sagen wir jetzt auf dem Feld Musik im weitesten Sinne, hat sich da was entwickelt oder haben Sie das Gefühl, dass das eigentlich auch so an der Stelle geblieben ist? Zumindest das, was Sie gemacht haben. Sind Sie da beharrlich gewesen, sind Ihren Stil gegangen oder hat er sich entwickelt? Ich glaube schon, dass er sich entwickelt hat, weil Schlager hat was mit Entwicklung und Mode zu tun. Beim Schlager kommt es darauf an, im Sound, in der Rhythmik, in der Auswahl der Mittel, die manchmal sehr seicht und manchmal ein bisschen ausgeklügelter sind, kommt es halt darauf an, dass man... Jetzt haben Sie von allem geredet, außer vom Text. Zufällig oder bewusst? Texte sind überall ein bisschen doof von Schlagern, ist das richtig? Texte sind überall ein bisschen doof bei Schlagern, weil ich glaube, der Haupteinfall bei einem Schlager ist der musikalische. Deswegen haben wir zum Beispiel bei unseren Schlagerplatten die Texte nicht erst gemacht. Dabei kommt also eine gewisse eintönige Metrik zustande und auf diese eintönige, schlichte Metrik stürzt sich dann auch der Komponist noch mit sehr populären, also einfachen Melodien drauf. Und dann wird es so ein Strohfeuer, so eine Sache, die acht Wochen geht. Von mir ist es auch sehr gut geht. Wir haben es umgekehrt gemacht. Fischer hat also erst den musikalischen Einfall abgeliefert, der, wenn er interessant genug war, mir dann gedient hat, auf jeden Ton eine Silbe zu basteln. Eine mehr handwerkliche Arbeit. Dabei sind manchmal aber dennoch ganz niedliche Texte zustande gekommen, für die man sich nicht so sehr schämen muss, wenn man sie mit anderen Schlagertexten vergleicht. Aber es bleibt bei dem Prinzip, dass der musikalische Einfall der wichtigere war. Dadurch sind unsere Lieder übrigens länger gelaufen. Monate, teilweise jahrelang. Da ich gerade nach Entwicklung gefragt habe und musikalischer, würde ich eins ganz gerne noch wissen. Also nicht die berühmte und zu oft gestellte Frage, auch warum sind sie da eigentlich weggegangen. Nur man weiß ja ein paar Einzelheiten, die man nun oft genug lesen und hören konnte hier. Das Ganze hat seinen Ansatz gehabt seinerzeit mit ihrer Unterschrift auf der berühmten Liste, wie es heißt, also auf der Namenssammlung derer, die protestiert haben gegen die Ausbürgerung Biermanns. Diejenigen, die da unterschrieben haben, haben die eigentlich gewusst, auch Sie, auf was Sie sich da eigentlich einlassen? Oder haben Sie irgendwann ganz im Ernst mal geglaubt, dass es diesen Effekt haben könnte? Welchen? Mit allen Konsequenzen nicht. Ich schon gar nicht. Wissen Sie, mein Freund Jurek Becker zum Beispiel hat noch vor zehn Wochen auf die Frage, was glaubst du denn nun, was das Ganze bewirkt hat, geantwortet. Ich glaube immer noch felsenfest daran, dass Biermann zurückkommen kann. Diese Aktion wegen. Solche Gedanken werden hier als naiv gescholten. Ich habe gelegentlich darüber gehört oder gelesen. Gut. Man muss auch bedenken, dass es so etwas ja vorher nicht gegeben hatte in der DDR. Und es war also durchaus damit zu rechnen, dass so ein Ding, so ein Riesending, ich empfinde es immer noch als ein Riesending, und ich habe ja nun auch die Konsequenzen erlebt davon, die möglich sind, dass so ein Ding doch schon mal dazu führen kann, dass ein einmal gemachter Fehler revidiert werden kann. Das ist ja denkbar. Aber leider ist es eben bei uns oft so gewesen, dass die höchste Form von Zurücknahme eines Fehlers die ist, ihn nicht noch einmal zu machen. Das hat auch diesmal also nicht funktioniert, einen gemachten Fehler als Fehler zuzugeben und zurückzunehmen. Biermann ist da weggeblieben und es hat also doch einigen Ärger gegeben und einige Meinungsverschiedenheiten, in deren Folge ich dann eben hierher gekommen bin. Es sind eine ganze Menge, das heißt wahrscheinlich die meisten Freunde drüben gelassen, sprechen aber von Freunden, die Sie hier haben. Sind Sie eigentlich die Möglichkeit, selbst wenn Sie sich nicht entschließen, wieder ganz zurückzugehen in die DDR, nach Ostberlin, ab und zu mal rüber zu fahren und die zu besuchen oder lieber nicht, weil es weh tut? Meinen Schmerz würde ich schon verwinden. Aber ich glaube schon, dass es ein schwieriger Gedanke ist. In der DDR bin ich wirklich bekannt wie ein bunter Hund. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es eigentümlich ist, wenn der Geist von Krug da durch die Straßen fliegt. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass es eine merkwürdige Situation ist. Haben Sie eigentlich eine Vorstellung, was hier mit Ihren Kindern geschieht? Nun, ich habe die Vorstellung, dass die Kinder in eine möglichst anständige Schule gehen können. Und ich glaube, dass sie einen Vorsprung haben, einen Bildungsvorsprung haben, der es Ihnen ermöglicht, also auch hier nahtlos weiterzumachen in der Schule. Bei Kindern wird das sicher leichter sein. Ich stelle mir vor, dass das bei Ihnen sehr problematisch ist. Ich meine, dieser Gedanke, der bei Biermann auch immer wieder gekommen ist, bei Biermann wahrscheinlich anders als bei Ihnen, der ja sagt, für mich ist das größte Problem eigentlich, in diesem Land zu sein, das mir in vielen seiner Eigenarten und Strukturen so fremd ist. Und das Fremdlichste daran ist eigentlich, dass hier meine Sprache gesprochen wird. Versuchen Sie durch diesen Gedanken mal für sich. Ist es für Sie eher tröstlich, dass hier diese Sprache gesprochen wird? Ist das eine Hilfe? Oder macht einem das noch deutlicher, dass man eigentlich weg ist? Nun, ich wundere mich nicht darüber, dass in Deutschland meine Sprache gesprochen wird. Und es verblüfft mich und verwundert mich auch nicht. Es tröstet mich nicht, sondern ich weiß es ganz einfach. Und ich finde es uns selbstverständlich, dass in Deutschland meine Sprache gesprochen wird. In Westdeutschland ebenso wie in Ostdeutschland. Freilich hilft es mir, wenn ich nach Frankreich hätte gehen müssen. Sie haben eben in meiner Ansage ja gehört, wie schwer es mir gefallen ist, die Phonetik nachzuahmen, die Französische. Dann hätte ich also Französisch lernen müssen. Freilich hilft es mir ganz einfach deswegen. Und Sie wissen, dass ich Schauspieler bin und es ist mir sehr angenehm, dass ich gleich in derselben Sprache weiterarbeiten darf. Was hatten Sie noch eben gefragt außerdem? Nur die sprachliche Frage? Ja, die sprachliche Frage, aber schon mit dem Hintergrund, wie weit einem das das Gefühl von Fremdsein gibt, dass hier so vieles anders ist und dann fast paradoxerweise die Sprache gesprochen wird. Dies ist etwa, sehr frei wiedergegeben, aber etwa das Argument, was Biermann ein paar Mal gebraucht hat. Also etwas, was Sie nicht nachvollziehen in der Art. Na, bei mir war der Effekt dann ein bisschen anders. Ich kam also zum Beispiel gestern hier nach Köln und bin ja unweit von hier aufgewachsen als Kind. Bin hier geboren in der Nähe und aufgewachsen. In Duisburg? Ja, in Duisburg. Und da ist Düsseldorf nicht weit. Die D-Bahn hat die beiden Städte miteinander verbunden und in Düsseldorf wird ein Dialekt gesprochen, der ist dem Kölschen sehr ähnlich. Im Gegenteil, ich habe sogar verschüttete Erinnerungen wiedergefunden in der Sprache, wenn Sie so wollen. Ich bin ja bis zu meinem elften Lebensjahr da gewesen. Da habe ich keine Schwierigkeiten mit. Sie haben jetzt in den ersten Wochen in Berlin gelebt, aber sehr provisorisch, nicht? Familie geteilt und an zwei Orten gelebt. Ja. Können Sie eigentlich sicher sein, dass Sie auf längere Sicht auch in Berlin bleiben wollen, aus dem Sie ja auch kommen, nur mit dem kleinen Unterschied Ost und West? Wahrscheinlich erst mal. Ich habe dort die meisten Leute gefunden, die mich kannten, mit denen ich umgehen konnte, die mit mir umgehen konnten. Ich bin dort auf eine gewisse Wärme gestoßen. Im Laufe von knapp 30 Jahren bin ich sicherlich auch ein bisschen in Preuße geworden. Ich habe eine preußische Frau und preußische Kinder und wir fühlen uns da also zunächst mal noch geborgen, weil die Warmherzigkeit, die ein bisschen schroffe, aber warmherzige Art, der Berliner ist im Ostteil der Stadt derselbe wie im Westteil, habe ich bemerkt. Und ich fühle mich da zunächst ganz wohl. Tja, wenn ich da eine Wohnung kriege, bleibe ich erst mal da. Sie sind ja auf Publikum bezogen. In der DDR ist, glaube ich, ganz deutlich gewesen, dass Publikum Sie weitgehend getragen hat, aber dass Sie auch ganz stark fürs Publikum da waren. Also die ideale Wechselwirkung sozusagen, die es gibt. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht ein bisschen anders ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass zumindest in der Branche der leichten Musik es so ist, dass Künstler einfach vom Publikum getragen werden, ohne die entgegengesetzte Wirkung zu haben, zumindest die Macht zu haben sozusagen und fallen gelassen werden können. Sind das eigentlich klar und haben Sie davon ein bisschen Angst, sozusagen hochgespielt zu werden und irgendwann so vielleicht fallen gelassen zu werden und dann aus der Gunst raus zu sein? Ich würde es gut finden, wenn es mir gelingen würde, zunächst eins, ich glaube nicht, dass ich die Beziehung, dieses besondere Verhältnis, das ich zu dem Publikum in der DDR hatte, noch irgendwo einmal wiederfinden kann. Das ist ein sehr, sehr harter Verlust, weil es ein Verhältnis über das einfach, ich spiele euch jetzt mal was vor, hinaus war, ist ein Punkt. Aber ich glaube, dass man fallen lassen kann eigentlich nur den, den man vorher hochgehoben hat. Verstehen Sie? Wenn ich also es fertig bringen würde, mich selber hochzuheben oder ganz einfach eine Mindestqualität zu bieten, die nicht allen Leuten gefallen kann, das geht nicht. Aber hier in dem Land leben also 65 Millionen Einwohner etwa oder so. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da 100.000 Menschen dabei sind, die mich zwar nicht schön finden, aber die auf meine Musik stehen könnten, wenn ich wieder eine Truppe finde, die die Musik macht, die mir gefällt. Herr Kuck, Entschuldigung, ich meine was anderes, dieses Hochgehobenwerden, wie Sie es kennen, zum Beispiel eben mit einem ganz öffentlichen oder ganz, ganz wichtigen Preisverleihung in Form des Nationalpreises. Das gibt es doch in der Form hier eigentlich nicht. Nein. Dann kommen Sie in Hitparaden und Sie kippen wieder raus, hier verkaufen Sie gut Platten oder Sie verkaufen irgendwann keine mehr. Nein, da irren Sie sich. Ich bin nicht hochgehoben worden, indem man mir einen Nationalpreis verliehen hat, sondern ich war oben und da hat man mir einen Nationalpreis verliehen. Verstehen Sie den Unterschied? Und hier ist es aber möglich, dass einer, ich habe mal einen unheimlichen Gag gehört, da ist von einem Schlagersänger der BRD gesprochen worden, wie von einem, den man bewusst gesucht hat in irgendeinem Dorf, dem man irgendeinen Namen gegeben hat, den er eigentlich gar nicht trug. Und man hat vorher gesagt, der wird schwarze Haare haben, der wird blaue Augen haben und der wird weiche, warme Lieder singen. Und der wird ankommen. Und der kam an. Und er war da. Und natürlich, meine ich jetzt, ist es für so einen fast synthetischen Mann leichter fallen gelassen zu werden, hier in der BRD, ich rede von der BRD, in der DDR hat mich keiner hochgehoben. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum sogar in der DDR. Den kann man natürlich leichter fallen lassen, als einer, der Qualität geboten hat und wo die Leute selber von sich aus sagen, was macht der da, von dem möchte ich gerne eine Platte haben. Oder von dem möchte ich gerne wissen, was der macht. Das ist doch eine viel gesündere Basis, finde ich, für einen darstellenden Künstler überhaupt. Also Sie sind ganz sicher, dass Sie also Publikum hier... Publikum hier brauchen, das heißt, es mit Sicherheit aber auch finden. Ich bin überhaupt nicht sicher. Das ist eine meiner schönsten Tugenden, die möchte ich mir gerne erhalten. Ich bin nicht so sicher, ob man das nicht zeitweilig in dem Beruf sein muss. Die Unsicherheit mir selbst gegenüber, ja, man kann es heucheln, man kann so tun, als würde man sich total selbst überschätzen. Und das kann einem sicher in manchen Situationen helfen, zum Beispiel in so einem Gespräch. Ich würde also nicht gern zugeben wollen, dass mir die Knie flattern oder vorher geflattert haben oder so. Mime also hier sehr auf Ruhe. Dafür ist das gut. Aber für die gesamte Arbeit ist es, glaube ich, nicht gut. Für die gesamte Arbeit, glaube ich, ist es viel wichtiger, dass man sich selbst gegenüber ruhig ein bisschen genauer und kritischer bleibt. Gut, danke bis dahin. Und ich würde das ganz gern gleich aufgreifen im Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner Klaus Kinski. Herr Kinski, in Deutschland, oder so wie wir es eben gesagt haben, bei der Abgrenzung in der Bundesrepublik... Bundesrepublik, danke, ist ruhig geworden um Sie. Sind das lieb? Das ist Unsinn, was Sie da gerichtet haben. Es ist nicht so ein Unsinn, ich meine, es ist Unsinn, es hat keinen Sinn, was Sie gesagt haben. Weil ruhig, Sie können nicht, erstens bin ich nie danach so geil gewesen, Schlagzeilen zu machen. Außerdem, man kann nicht Schlagzeilen machen in Amerika, wenn man im Allgäu ist, zum Beispiel nicht. Also ich verstehe nicht, warum Sie sagen, na klar, es ist da ruhig, wo Sie sind, wo Sie nicht sind. Es ist ruhig um Sie. Aber davon kann ich mich nicht nochmal darüber beschweren, weil es war nicht mal da ruhig, wo ich nicht war. Über mich haben sich nicht mehr Leute das Maul zerfetzt, sogar wenn ich nicht da war und Geschichten erfunden. Aber ich meine, eben, ich wiederhole nochmal, selbst wenn ich nicht danach so wild bin, so ist die Aussage von Ihnen vollkommen sinnlos, weil ich weiß nicht, was Sie jetzt sagen. Nein, es war auch weniger als Aussage gemeint, denn als Frage. Also ich sage das gerne nochmal deutlich, und es lag überhaupt kein Vorwurf drin. Nur, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Kinski, vielleicht habe ich Sie auch falsch verstanden. Das ist sogar sehr möglich, aber ich meine, die meisten Menschen verstehen sich falsch. Lassen Sie uns mal den Versuch wenigstens machen, ob wir es nicht schaffen, uns vielleicht in dem Punkt doch richtig zu verstehen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch in Ihrem Buch. Habt Sie das gelesen, mein Buch? Ich habe das gelesen. Wie heißt das? Das heißt, ist die Frage jetzt ernst von Ihnen? Im Ernst? Dieses Buch heißt, wenn ich mich recht erinnere, es sei denn, Sie hätten mehrere geschrieben. Also das, was ich gelesen habe, heißt, ich bin so wild nach deinem Erdbeeren. Und ist erschienen, weil... In welchem Verlag? Nee, das muss man eigentlich nicht wissen, weil man braucht eigentlich nur noch ein Buch zu fragen, was es kommt. Aber ich habe dem Verlag versprochen, dass ich es immer wiederhole heute. Es ist ja auch richtig. Wir haben es jetzt gesagt. Es ist ja erschienen, wenn Sie es nicht wissen, im Verlag Ruhner und Bernhard. Und ich kann Ihnen sagen, was Herr Kinzke jetzt noch sagen wollte. Er wollte sagen, dass die Leute dieses Buch kaufen müssen, weil es eines der besten Bücher ist, was man überhaupt kaufen kann. Nicht müssen, keiner muss irgendwas. Also ich will das bestätigen, ich muss nur dazu sagen, vergleichsweise bei dem, was ich gelesen habe. Also es gibt zwei, drei andere noch, die auch ganz gut sind. Ja, auch, klar, es gibt unheimlich von Büchern. Deswegen kann ja meins trotzdem gut verkauft sein, nicht? Also sagen Sie, es könnte ja vielleicht ganz dienlich sein, wenn wir also doch diesen einen Punkt, Herr Kinzke, aus dem Inhalt noch mal nehmen. Wenn ich da was richtig verstanden habe, ist doch eigentlich, dass es bei Ihnen einen Zeitpunkt gegeben hat, an dem Sie selbst gesagt haben, die Art, in der ich bisher gelebt habe, meinen Beruf aufgefasst habe. Also habe ich irgendwie kapiert, dass das falsch war. Ich will was anderes anfangen, ich will ruhiger und auch anders leben. Oder sehr bewusst. Okay, das haben Sie nicht so falsch verstanden. Danke. Aber das Buch ist wie jedes solcher Bücher, jedenfalls wenn es von mir geschrieben worden ist, ist im Telegram-Stil geschrieben. Das heißt, man kann nicht alles sagen, was man sagen müsste, sonst würde es eben 300.000 Seiten lang werden, das Buch. Und es war auch 3.000 Seiten lang und ich habe das weggeschmissen, weil das ist zu dick geworden. Und also, es kommt auf die Interpretierung an, nicht? Von Sachen, die man sagt. Das heißt also, man muss bei allem, was so schnell und so im Telegram-Stil gesagt ist, muss man zwischen den Zeilen lesen, nicht? Auch, das heißt also, die sagen, meinen Beruf aufgefasst und so. Dabei habe ich ausgelassen den Kommentar oder die Unterhaltung, die Diskussion darüber, was eigentlich Beruf dabei ist und was nicht Beruf ist, verstehen Sie? Das wäre eine lange Geschichte, die alle Leute wahrscheinlich vor allem in den dicken Kopf kriegen würden, wenn man darüber jetzt reden würde, weil es nie aufhören würde. Ich habe gesagt, ich habe die Schnauze voll davon, von dem, was ich gemacht habe. Das heißt aber nicht, dass ich so wahnsinnig am Minderwertigkeitskomplexen leide, dass ich nur behauptet habe, dass ich nur Scheiße in meinem Leben gemacht hätte. Das glaube ich, das war eine Konfrontierung mit mir selbst. Das heißt, das war wie ein Selbstgespräch, verstehen Sie? Es ist Beruf oder nicht Beruf, dass wir die größte Auseinandersetzung, die dabei die wichtigste, die mich betroffen hat dabei, eben das, was man nennt Schauspieler zu sein, war danach zu suchen, was das eigentlich bedeutet. Verstehen Sie? Also nicht so sehr stimmt das, was Sie ohne Ihre Schuld dabei so verstanden haben. Es stimmt nicht, dass ich eines Tages auf die Idee gekommen bin, dass ich meinen Beruf oder wie auch immer meine Betätigung falsch ausgeführt hätte. Das wäre Unsinn, wenn man das so verstehen würde. Sondern, dass ich seit langer Zeit danach gesucht habe, warum man eigentlich sowas macht. Überhaupt, wie auch immer. Verstehen Sie? Das heißt, das schließt all die Antworten und Fragen ein, nicht? Ich meine, es ist einfacher, mich auf ein Beispiel zu beziehen. Zum Beispiel hat Werner Kraus einmal, ich beziehe mich noch nicht auf Beispiele, weil es mangelt mir nicht an Beispielen von mir selbst. Aber es ist einfacher jetzt. Gefragt, als er anfing Filme zu drehen, was können Sie? Und er hat gesagt, alles. Also es schließt dabei auch ein, diese dumme, wirklich beschränkte Uniformiertheit in Deutschland von den Zeitungen, dass einer von dem anderen diesen Kasernenhof-Jargon übernommen hat, der vom Dienst oder der vom Dienst oder der Verbrecher vom Dienst, Mörder vom Dienst und Quatsch. Also ist mir heute eingefahren, als wir da über die Autobahn fuhren, wir sind nicht gerade da vorbeigefahren, aber es muss da irgendwo gelegen haben, irgendein Ort, wo ich nach dem Krieg, als ich nach Deutschland kam, zurückkam, man in der Zeitung geschrieben hatte, der jugendliche Komiker. Gut, Sie lachen darüber, weil, ich meine, für mich ist es gar nicht so absurd, es ist mir scheißegal, Jugenddiagomiker zu sein oder Mörder vom Dienst, wie die Deutschen sich so, deutschen Zeitungen, oder das oder das oder das oder das zu sein. Es ist nur, ich könnte die selbe Antwort geben, nicht alles. Verstehen Sie? Je nachdem, was man dafür bezahlt und wie, wenn jemand danach fragt, ja, wieso ist man das und das und das und das, dann wird es immer wieder dieselbe Unterhaltung, dass man sagt, dass man einem anderen versucht zu erklären, wenn man wirklich Schauspieler ist, so hat man, so isst man alles. Verstehen Sie? Und man kultiviert oder man bringt zur, sagt man, zum Wachsen in sich, das eine oder andere stärker und vernachlässigt das, was es nicht sein soll. Wissen Sie, Kinder, von denen man sagt, dass er, wenn man ihn nicht kennt, jetzt zuhört oder zusieht, dann werde ich dazu sagen, also der englische Schauspieler, von dem man behauptet hat, dass er einer der größten Schauspieler aller Zeiten war, hat gesagt... Dessen Rolle Sie spielen sollten. Wenn ich in Paris spielen sollte, den ich gespielt habe, weil es hat man nicht wollte, dass man sein veraltetes Stück umändert. Also, der hat gesagt, ich spiele nicht, ich bin das. Verstehen Sie? Und deswegen bin ich nichts. Und der ist sein ganzes Leben lang davon, von dieser, wie sagt man, von dieser Qual zerrissen gewesen und ist auch eben im Alkoholismus geändert. Ich will damit sagen, man muss nicht im Alkoholismus ändern, man muss nicht das und das sein. Ich will nur sagen, für mich war die Suche danach viel wichtiger oder überhaupt nur der Grund, warum ich das gesagt habe im Buch, was Sie wiederholt haben. Warum bin ich das? Verstehen Sie? Weil es qualvoll und weil es für mir sinnlos erschien, weil es ungesund ist. Ja, Malzahn, insane. Ungesund, es ist einfach ungesund. Ich möchte mit der Frage doch in eine andere Richtung. Ich wollte wirklich nicht... Aber im Grunde bedeutet es viel mehr, was ich sagen will. Ich will genau in die Richtung, Herr Kinski, lassen Sie mich an der Stelle fragen. Ich wollte überhaupt nicht auf all diese beknackten Klischees mit dem Bösewicht von Diensten... Das hat man nur oft genug lesen und hören und sonst was diskutiert haben. Ich wollte was anderes wissen. Nochmal, wenn ich Sie richtig verstanden habe in diesem Buch, ist doch einer, auch aber eine andere. Damit komme ich nicht kraft. Ich kriege dafür kein Geld. Dafür nicht. Es war zu spät. Wir hatten mir die Sendung zu spät angeboten. Danke. Wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal mit der Vorbemerkung. Ich glaube, ich weiß sogar, auf welcher Seite ich das gelesen habe. Ich könnte es noch sagen. Sie gesagt haben, ich bin so voll von Liebe, dass ich es immer wieder ausströme. Also jetzt mit meinen Worten, nicht mit Ihren. Die Frage, die mir geblieben ist, wenn man verfolgt, wie die Reaktionen eigentlich auf Sie sind, vielleicht aus Ihrer Sicht von dummen Menschen, dann haben Sie doch sehr viel Liebe gegeben und offenkundig aber sehr wenig empfangen. Sie müssen mir sagen, es ist nicht fair eine Unterhaltung, wo auch immer, vor der Öffentlichkeit, vor, weiß ich was, 10 Millionen, 20 Millionen Menschen oder allein in einem Zimmer. Es wäre nicht fair, wenn man nicht dem anderen zugestehen würde, immer sofort wieder zu unterbrechen und zu fragen, um die Frage richtig zu verstehen und richtig zu beantworten. Was meinen Sie denn eigentlich mit der und der Frage? Ich glaube, es wäre sehr gesund, wenn man sich überhaupt auf diese Art und Weise unterhalten würde, weil dann wären die Missverständnisse nach und nach vielleicht ausgeschaltet. Lassen Sie uns das jetzt ausreiten. Wo liegt unser Missverständnis? Ich wollte Sie fragen, was meinen Sie damit? Ich habe versucht, Sie sinngemäß zu zitieren. Jetzt fragen Sie mich, was ich damit meine. Das verstehe ich nicht. Nein, Sie möchten Ihre Frage, wiederholen Sie Ihre Frage. Was meinen Sie? Sie haben Sie nicht hier hingesetzt. Das ist Unsinn. Klatschen, das ist Unsinn. Sie haben nicht hier hingesetzt und haben ein Selbstgespräch. Sie haben diesen Satz von mir, wenn auch nicht ganz präzis, aber es ist egal, sinngemäß wiederholt, um mir eine Frage damit zu stellen, um eine Antwort zu erfahren von mir. Ja, das würde ich gerne noch mal tun. Und ich bitte Sie, die Frage zu wiederholen, weil ich die Frage so nicht beantworten kann. Nein, meine Frage ist dann, war das nicht deutlich, Herr Kitzke? Meine Frage war, wenn es so ist, dass Sie von so viel Geben an Liebe auf diese zum großen Teil dümmlichen Reaktionen gestoßen sind, ist dann nicht Ihr Geben an Liebe immer sehr viel mehr gewesen als das, was Sie empfangen haben? Das ist meine Frage. Ich weiß jetzt, ich habe Sie zu schnell unterbrochen, das war meine Schuld. Aber ich weiß jetzt, was ich Sie, in welchem Sinn nach ich Sie unterbrechen wollte. Sie haben gesagt, wie man auch immer, wie man auch immer darauf reagiert hat. Wer? Das ist nämlich die Stichfrage. Wer? Ich meine zum Beispiel das Publikum bei Ihren Tourneen. Dieses Publikum, was Sie ja doch großen Teils Das Publikum, ich habe in Deutschland, ich will nicht den Deutschen größere Relogen machen als jedem anderen Publikum machen, aber ich muss dem deutschen Publikum heute hier, da hier hoffentlich uns viele zusehen, sagen, dass das deutsche Publikum eines der großartigsten und fantastischsten Publikums ist und speziell in meinem Fall war, das habe ich wieder aufs Mikrofon gehauen, nicht mehr extra, also ich habe ihm gesagt, er sollte sich auf die Seite tun. Nein, nein, aber das, so weit übersteht es das Mikrofon. Gut, ich weiß gar nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ich habe... Also ich weiß es noch. Na Moment, Moment, ich will Ihnen gleich vorausgreifen, damit Sie nicht so viel Zeit verlieren mit Dingen, die nicht stimmen. Außerdem sind die alle nachweisbar. Ich habe... Oh meinetwegen, was war das denn? Also ich habe auf den Tourneen... Das ist auch wieder sein Witz, Paul. Er ist doch dabei. Ja, aber ihr habt doch alle über die Leute verarscht. Nein, das glaube ich nicht. Mir hat gerade hinter der Bühne jemand erklärt, dass die Leute sich unheimlich danach drängeln, hier zu sitzen und ich hoffe, das Maul zu halten, weil nämlich sonst gehe ich weg und die Show ist ja dafür, dass wir hier sind, oder? Na, sonst sind Sie doch gefälligst ruhig. Sie sind nämlich einer von diesen Leuten, wo über die wir nämlich, über die der Herr Münchhausen oder wie Herr Münchenhagen... Das Ganze aber... Leben will. Ich werde Ihnen mal etwas sagen. Ich werde Ihnen mal etwas sagen. Sagen Sie es mir stellvertretend. Ja, okay. Es war damals die letzte Tournee, nicht die letzte, aber eine von den letzten Tourneen, die ich gemacht hatte, war die Tournee mit den Monologen, klassischen Monologen. Ja. Berliner Sportballast von 4.500 oder 5.000 Zuschauern, also wie der große Sportballast war, für den Fall, außer bei Radrennen ist er ein bisschen größer, haben also bis morgens um 2. Musste ich die Monologe immer wiederholen, weil die Leute bis morgens um 2.000 nicht nach Hause gegangen sind. Das ist also ohne, ich leide wieder an der falschen Wahrscheinlichkeit, noch ein Größenwahn, aber das ist einfach eine Tatsache. Das gibt es nicht. Ein Beispiel dafür. Einer war besoffen und wollte die Vorstellung stören und er wurde rausgeschmissen. Und die irgendwo andere, besoffen oder nicht besoffene, gleichartige Idioten, haben das als ein Alarmsignal empfunden und haben versucht, woanders zu stören. Einer von denen ist der hier, der versucht hat, hier zu stören, aber hier, hier, hier würde er auch rausgeschmissen werden. Und ich muss Ihnen sagen, ich war sogar ziemlich schlecht organisiert. Die Rolling Stones sind viel besser organisiert, als ich es war. Weil die lassen die nun wirklich gleich zusammenschlagen von den Hell Agents. Und ich finde es auch richtig, weil nämlich jemand, der eine Show macht, ist der Boss. Und jemand, der bezahlt, und ich respektiere das ganz genauso, wenn ich Zuschauer bin und finde, ich habe niemals im Leben darüber diskutieren müssen. Ich habe niemals, wenn ich einen Husten hatte, bin ich zu Hause geliefert. Ich habe nie gewagt, nicht nur den auf der Bühne, sondern auch den neben mir nicht zu stören. Das ist eine Erziehungsfrage. Verstehen Sie? Eine Frage, wie man sich benimmt. Das heißt, wenn jemand eine Show schaut, naja, okay, Dankeschön. Wenn jemand eine Show stört, welche Show auch immer, die Show, weiß ich was, in einer Kirche oder im Parlament, wo auch immer, auf dem Fußballplatz oder im Zirkus, auf dem Seil langläuft, wo man extra einen Trommelwirbel macht, damit der nicht gestöpft wird. Sie wissen, wir kennen das alles, nicht? Das ist also allgemein bekannt, nur nicht immer ununterbrochen erklärt. Dementsprechend verteidigt oder als selbstverständlich empfunden. Also, wenn da jemand stört, dann wird der, oder in der Oper irgendwo, wo lieferierte Leute stehen, nicht? Also, es gibt, es ist einfach, es wird ja nicht akzeptiert, dass jemand stört. Verstehen Sie? Es ist nur so, wie sagt man, es ist nur so gratis, es war nur so gratis. Ja. Wir waren nur viel zu gutmütig. Verstehen Sie? Ja, aber wenn Sie, beziehungsweise Ihre Manager... Ich war nicht so gutmütig, aber ich meine... Nein, also gut, geschenkt, glaube ich. Nein, nur, wenn Ihre Manager und Sie eine Halle mieten, um etwas zu bieten und dazu gehört doch... Sie tun es doch... Ja, aber Sie tun es doch für das Publikum und dieses Publikum bezahlt. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand bewusst stört. Tut das logischerweise das Publikum, sonst kann man sich ja auch alleine zu Hause onanieren. Verstehen Sie? Das ist ja lächerlich, nicht? Ja, aber das Publikum muss doch die Möglichkeit haben, dass... Nein, das Publikum hat nicht die Möglichkeit zu stören. Das ist ein ganz großer Irrtum. Aber es soll doch kommen. Dieser Irrtum ist so unneuer aufgeblasen geworden. Nicht stören, Herr Kinski, nicht stören. Und außerdem sind Sie, ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, es gibt Beweise, die 99 Prozent der Leute, alles erwachsene Menschen, wenn Sie wollen, auch Kinder, alles was Sie wollen, alle, alle in Altersstufen. Aber auch ein großer Abgrund des Erwachsenen Menschen, die auch ein ganzes Leben hinter sich haben. Verstehen Sie? Die auch jemanden respektieren. Diese Leute haben sich fantastisch benommen. Wer hat nun recht? Der da? Oder einen Bart trägt? Oder die anderen? Aber der hat doch, der hat doch zu näher, es hat Sie gestört. Ich habe in Hamburg eine Vorstellung gehabt, im, so ein Ding da, so ein Theater. Da haben die Leute im Zuschauerraum sich blutig geschlagen. Gegenseitig. Und zwar, weil ein paar Leute gestört haben und die Vorstellung hat zwei Stunden lang unterbrochen worden, ich wollte nach Hause gehen und sie ist morgens um zwölf oder morgens um eins oder um halb zwei und die Vorstellung zu Ende und die Leute absolut wollen, dass ich nachdem die Leute rausgeschmissen worden sind. Das heißt also, es ist ja einfach lächerlich, wenn wir jetzt darüber diskutieren, wer recht hat. Nicht der Masse wegen, sondern dass also 99 Prozent der Menschen, die sich, ich habe erreicht in Wien, dass bei der Kalas und bei der Tebal, die haben die Leute die Oper verhustet. Bei mir haben die nicht gewusst, weil ich sage, wenn ihr nicht aufhört zu husten, gehe ich nach Hause. Mein Geld habe ich gerade. Und die Leute haben nicht gehustet bei mir. Verstehen Sie? Ja, das verstehe ich. Herr Kitzke, das verstehe ich doch nicht. Es gibt ja Hustenbonbons, ne? Nein, das verstehe ich doch nicht aus, dass Sie das stört, dass die Leute husten. Das ist überhaupt keine Frage. Ich akzeptiere es einfach nicht. Aber die Leute müssen doch was anderes dürfen, als nur das zu tun, was Sie sich vorstellen, nämlich zu applaudieren oder die Schnauze zu halten. Ach so! Nein, nein, ich sind ja nicht zu mir, ich habe ja nicht gesagt, kommt, kommt, lasse die Kindlein zu mir kommen, habe ich ja nicht behauptet. Verstehen Sie? Ich habe ja gesagt, ich habe überhaupt nicht gesagt, sondern das ist normal, wenn Sie irgendwo eine Vorstellung können, dass sich jemand ein Billett kauft und dafür bezahlt, logischerweise, wenn wir nicht von der Halsarmee sind. und dann hat er da zu sitzen und sich auch den anderen gegenüber neben ihm anständig zu benehmen, nicht? Ist doch ganz klar, oder? Oder gibt es darüber auch noch eine Diskussion? Nein, darüber gibt es keine Diskussion, darüber gibt es vielleicht eine Frage, aber es muss doch möglich sein. Fragen gibt es ununterbrochen, endlos! Eben, und zeitweilig... Fragen, 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 von morgens bis abends, ich frage auch ununterbrochen. Eben, zeitweilig, insofern muss ich das zwischendurch auch noch. Wer einem deine Antwort darauf gibt, nicht? Auf die Fragen und vor allem, ob die Antwort befriedigend ausfällt. Eben, das ist ja genau das Spiel, was wir gerade probieren. Ja, das Spiel, das ist aber ein solches Scheißspiel, weil da kommt man nämlich nie zu einem Resultat, weil das können Sie fragen bei allem. Das ganze Gesetz ist ja so aufgebaut. Hier kommt es ins Gefängnis, wenn Sie mit einem 12-Jährigen oder 14-Jährigen Mädchen schlafen im Orient, verheiraten Sie sich mit elf Jahren. Was ist das für ein Unsinn? Jeder versteht alles auf der Welt falsch. Deswegen ist das, was Sie wahrscheinlich auch zumindest aus Unterhaltung, aus ernsthaften Unterhaltung, Interviews vielleicht herausgefunden haben, wenn Sie das mal zu Gesicht bekommen haben. Vor allen Dingen in Frankreich nimmt man das ernster, wo also jedes Interview wirklich einem Spaß macht, weil die Leute wirklich danach suchen, sich mit einem zu verständigen und nicht immer irgendwo herumbohren in irgendwelchen Müllkästen. Verstehen Sie? Herr Kinsge, obwohl wir das Ganze auf Deutsch tun im Augenblick, bemühe ich mich, nichts anderes zu tun, als von Ihnen was rauszukriegen. Ja, na ja. Ich will damit nur sagen, die Interpretation von Dingen, die Sprache, ich will damit sagen, in diesem Interview habe ich es immer wiederholt und weil es mir immer klarer wird und immer mehr Teil von meinem Leben wird, die Frage, das heißt die Erkenntnis, dass die Sprache das Gefährlichste ist, was es überhaupt gibt, es ist ganz egal, welche Sprache Sie sprechen, das Missverständnis ist so permanent, ununterbrochen, da sind Sie in unserer ganz simplen Unterhaltung. Verstehen Sie? Ja, aber das habe ich... Es geht immer mit Nasen bohren und hinten rum und es ist alles so sinnlos. Ja, aber es kann doch... Wir halten Sie mit mir ununterheimlich lange auf über Dinge, die eigentlich kleine Kinder längst wissen, dass man eigentlich, wenn Sie in dem und dem entsprechenden Milieu aufgewachsen sind, man stört den anderen nicht. Verstehen Sie? Störe ich Sie? Nein, man stört den anderen nicht. Wir sprechen über eine Vorstellung, die sagen, die Leute haben doch recht und dürfen doch und müssten doch. Ja, was denn noch alles? Ja, aber es mag doch sein, dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben. Ja, das Übliche ist heute, man darf also Autos umstürzen und Sie anstecken und so. Wer sagt das Sie? Ich nicht. Ich sage das nicht, aber man macht es. Wo auch immer drehen Sie sich noch um... Ich lese keine Zeitung, aber Sie müssen es doch wissen. Ich bin überzeugt, dass Sie Zeitungen lesen. Aber woher wissen Sie es, wenn Sie keine Zeitungen lesen? Ich sehe es auf der Straße. Ich sehe es, wo ich bin, in Paris, überall. Verstehen Sie? Ich habe nur gesagt, kurz vor allem bei einer mir zu nahe kommen, den fahre ich immer noch auf. Jemand hat kein Recht, Ihr Auto umzustoßen, selbst wenn Sie nur ins Kino wollen. aber er weiß ja nicht mal, wo Sie hinwollen. Vielleicht wollen Sie irgendwo hinwollen. Das finde ich. Ja, nein, das ist wahr. Man darf das. Und man darf das alles. Man darf das alles ungestraft. Das ist nicht wahr. Ja, nein. Ist es irgendwelchen Leuten zu buntstört, und dann hört es irgendwann auf. Man hat ungestraft, das ist ein relativer Wurf. Ich meine, ich will damit nur sagen, dass man, ich meine das jetzt wirklich nicht politisch, ich meine es einfach, dass es jemand auf die Nerven geht. Ich bin wirklich nicht hier, um mich zu verteidigen. Darauf halte ich nur wirklich, wenn Sie ein bisschen, ich habe Sie auch gar nicht angegriffen, ein bisschen über mich wissen, hoffe ich. Also, ich habe mich nicht nötig, mich zu verteidigen, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe niemals in meinem Leben weder über jemanden auf der Straße gelacht, auch wenn er noch so komisch war, der mir vorbeigeht, noch ihn angepöbelt. Verstehen Sie? Ich habe mich nur gewehrt, das ist mein gutes Recht. Und wenn ich aber einer Vorstellung mich wehre, indem ich also meine Leute mit mir habe und sage, pass mal auf, da hinten ist irgend so, tragt ihn raus, oder weiß ich, was macht er? Das ist sehr nett. Das ist sehr nett noch. Kann ich trotzdem noch etwas fragen, in der Hoffnung, dass wir uns nicht falsch verstehen? Denn diese Leute, die so stören, die existieren ja auch immer nur in der, wie sagt man, im Plural, in der Mehrzahl, die existieren ja nicht im Einzelfall. er hat sich auch nur zu Wort gemeldet, weil er die Chance einmal hat, in seinem Leben vor der Kamera zu sein, nicht vor der Kamera zu sein. Er würde mich, ja, naja, es war gut, dann kommen Sie, unterhalten Sie sich mit, Herr Münchhausen, weil es mal zufällt. Er muss ihm mein Mikrofon geben, ich verstehe ihn nicht. Was sagt er? Übersetzen Sie. Einwurf, Einwurf ist gestattet, soweit, Sie werden im Augenblick auch nicht rausgetragen, ich verspreche es Ihnen. Ich meine, hier ist es ja auch, Sie sehen ja, das ist ja, Nein, er beleidigt, er beleidigt Gott. Ich kann Sie gar nicht so beleidigen, wie Sie, wie Sie mir auf den Wecker gegangen sind. Das ist halt so möglich. Das hat Sie ja gar keiner gefragt, was wollen Sie überhaupt? Oder ist das, ich meine, ist das eine Massendiskussion, dann ist es okay, dann halte ich meinen Mund. das ist nicht so geplant. Nein, das fände ich schade, ich meine, denn da habe ich Sie eben, da habe ich Sie eben fast missverstanden, wenn Sie sagen, dass man sich pausenlos missversteht. Es ist auch nicht so, dass er sich nur unter Druck fühlen muss, der Arme. Vielleicht laden Sie ihn das nächste Mal ein zu der Show. Ja, das wissen Sie doch, wo wir hier sind. Nein, aber jetzt muss ich Ihnen aber, muss ich Ihnen aber wirklich sagen, dass Sie nicht nur freien Eintritt, sondern auch freien Austritt haben, wenn Sie das Gefühl haben. Er muss auch nicht mal was dafür bezahlen. Nein, wirklich nicht. Siehst du, das ist alles gratis. Ich habe, das ist das Ungeheulich, ich habe einmal, einmal mehrmals, aber ich meine, ich erinnere mich an einen Fall in Wien, dass in der ersten Reise immer die Kritiker nicht bezahlen, nicht sowieso, fressen umsonst, gehen ins Theater umsonst, alles umsonst. Okay, dagegen hat keiner was, solange sie nicht stören. Er saß also unter einem, mit dem Autoschlüssel, hat immer vor sich hingeklappert, mit dem Autoschlüssel. Und ich habe gesagt, also hören Sie zu, alle, wenn er aufhört, mit seinem Autoschlüssel zu klappern, dann werde ich die Vorschläge noch weitermachen, haben wir nicht, also ich habe den Vorhang zu machen lassen und bin weggegangen. Und Sie hätten sehen, wie er sich geniert hat, weil ich habe durch den Vorhang geguckt und ich habe gesehen, dass die Leute hinter ihm, ihn bedroht haben. Also wer hat jetzt recht? Ich meine, wer ist der Volksaufputscher dabei und wer, oder wo liegt die Morale? Autoschlüssel klappern, finde ich auch nicht. Fragen, finde ich, andererseits müssen gestattet sein. Herr Kindske, in sofern muss ich auch noch eine stellen. In Paris sagt man, Flick, das kommt mir vor wie ein Polizist hier. Obwohl ich gegen, obwohl, nein, ich meine, aber ich meine, ich will damit gar nicht sagen, dass ich was gegen Polizisten hätte, einfach nur, weil es Polizisten sind. Ich meine, was will er? Sie sehen, es ist zum Beispiel, das ist wieder ein Fall, den ich also, das ist nur zufällig, werden wir dabei, filmt und so, aber in Wirklichkeit könnte man sie auch von uns privat darüber unterhalten. Es ist, es ist ein großer Unterschied, dass einem etwas auf den Wecker geht, das heißt, ein Fliegen, nicht, geht einem auch auf den Wecker, mir jedenfalls, ich kann Fliegen nicht ausstehen. Das heißt aber nicht deswegen, dass ich nun deswegen, also ein Haus anstecke wegen einer Fliege. Ich habe zwar schon ganz, ich habe zwar schon ziemlich viel zusammengeschlagen wegen ziemlich viel Fliegen um mich herum, ich würde damit sagen, es ist relativ, nicht? Ja. Nicht? Sehen Sie, das ist ein Fall, er ist völlig, völlig viel am Platz, er hat, er hat sich eingemischt, ohne irgendeine, irgendeine Funktion zu haben dabei. Aber wissen Sie, aber wissen Sie was? Und es ist nicht mal schlimm hier, es ist nicht mal schlimm, weil das ja nun wirklich nicht mein Laden ist hier. Na, aber Sie nehmen den. Das wäre doch wirklich schlimm. Aber warum, warum nehmen Sie den? Ich bin Ihr Gast, nicht? Und wenn Sie irgendwo Leute einladen, zu einer Party, was auch immer, dann sind Sie nett, logischerweise, man ist großzügig zu seinen Gästen und so, aber wenn Leute kommen und stören, sagt man, also gut, komm, komm, willst du auch was trinken? aber gehen Sie sich auf die Nerven, nicht? Und wenn er zusammelt, dann schmeißt man ihn raus. Der Unterschied ist, nur mich hat er gar nicht so gestört wie Sie. Und Sie wehrten den jetzt unheimlich auf. Nein, ich möchte ihm nur, ich möchte... Es wird immer alles so als Bourbons beklatscht. Also es sollte kein sein. Ich habe es nur so empfunden. Nein, ich bin gar nicht neidisch, auf Ihren Applaus. Oh, na, danke. So, ich meine, es werden so Worte so abgeschossen, die dann, wo es jeder zu lange dauern würde, die Worte zu untersuchen, zu analysieren, zu widerlegen. Ich wette ihn nicht auf, ich mache ihn nicht wichtiger, als er ist. Es hat nur was zu tun mit unserer Unterhaltung. Weil wir haben darüber gesprochen, Sie haben mich unter der Woche danach gefragt, ja wieso, wieso darf ein Publikum nicht das und das und das und das? Es geht nicht darum, um die Rechte eines Publikums, es geht darum, um die, wie sagt man, um die Vereinbarung. Verstehen Sie? Wir können wegabrechen, bevor wir nicht schlafen gehen können. Wirklich, im Ernst. Nein, nein, kleinen Moment, müssen Sie doch. Oder sollten Sie bitte noch. Ich möchte jetzt, ich möchte nicht mehr darauf eingehen. Ich möchte wirklich noch. Fragen Sie die Engländer, was Demokratie ist. Die wissen es ganz genau, das ist nämlich nichts anderes, als das Akzeptieren eines Spiels. Richtig. Respektiere mich, ich spreche mich nicht. Alles andere ist Quatsch. Das wissen Sie ganz genau und das ist ja auch schon ganz schön was, nicht? Ja. Wenn man das wenigstens, wenn das wenig existiert, ist es ganz schön. Aber bei den Engländern darf jeder aufstehen und was sagen. Ja, Moment, nein. Doch. Nein. Ja. Nein, nicht im Theater, das ist nicht wahr, was Sie sagen. Nicht im Theater. Ich bin ja kein Politiker. Aber da findet doch nicht alleine die Demokratie statt. Wir haben viel über ein Abkommen gesprochen, verstehen Sie? Über eine Regelung, über die der eine Partei und die eine Seite und die andere einverstanden ist, verstehen Sie? So wie man sagt, man kann im Verkehr schnell fahren, auf der Autobahn, aber man muss in einem bestimmten Land bestimmte Regeln beachten, die in dem Land üblich sind. In Italien überholen die Leute und lassen immer den Winker, also machen Sie das auch. Wenn Sie das nicht machen, gefährden Sie sich und die anderen. Verstehen Sie? Das ist das, was ich sagen will damit. Also es geht nicht um die Rechte eines Publikums. Wenn ich Publikum habe, ich fange nicht an mein Recht. Ich habe die Möglichkeit, etwas zu sehen. Verstehen Sie? Ich will auch den Applaus. Das ist ja ganz lustig. So viel sinnlosen Applaus. Und die im Grund hat nicht mehr eingebaut, aber ich bin ja nicht mehr. Lass uns teilhaben. Naja, es ist wurscht. Nein, ich würde ganz gerne noch... Ich habe Ihnen gesagt, so viel Applaus gratis kriegt man normalerweise gar nicht, ohne dass man irgendwas tut. Sie haben auch noch eine ganze Menge gehabt. Ja, aber ohne dass man irgendwas tut, ich tue ja nichts. Nö. Aber Herr Kinski, warum, und dies ist eigentlich auch nochmal auf das Buch bezogen, warum wollen Sie eigentlich das, was Sie den größten Teil Ihres Lebens gemacht haben, hinter sich lassen? Warum wollen Sie auf ein Schiff gehen und losfahren und da auch bleiben? Warum fragen Sie ein Tier im Zoologischen Garten, warum es den größten Teil, wenn es im Kiewich war, der nun nicht aus dem Kiewich raus will? Warum? Weil es ihm doch so gut ging da drin. Mit Tieren im Zoologischen Käfig etwas schwieriger, noch schwieriger Gespräche zu führen als mit Ihnen. Ja, aber... Und darum frage ich Sie. Das ist unsinnig, das hat mit dem, was ich gesagt habe, nichts zu tun. Ich meine, die Frage, die Frage, die Sie eben gestellt haben, die nehme ich Ihnen nicht übel, aber die kann nur kommen aus einer völligen Unkenntnis meiner Person, wo es kein Vorwurf mehr ist. Ich kann mich niemand kennen, ich kenne mich kaum selbst. Ich meine, das kann wirklich kein Vorwurf. Ich wollte sagen, Herr Kindtke, ich habe mich, solange ich lebe, auch noch um ein paar andere Leute kümmern müssen als um Sie. Aber die Frage ist... Insofern weiß ich nicht alles von Ihnen. Ich meine, die Frage ist trotzdem, ohne Ihre Schulden, das ist wirklich keine, 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 jetzt keine provozierende Antwort von mir, es ist wirklich, die Frage ist vollkommen sinnlos, weil... Für mich nicht? Doch, Sie sind es, weil ich habe zumindest in den letzten 20 Jahren meines Lebens an nichts anderes gedacht, als irgendwo, irgendwo auf irgendeine Art und Weise abzuhauen. Das kann ich doch nicht wissen, darum frage ich doch. Eben, eben. Ich antworte Ihnen die Frage, die Frage ist mir so abstrakt, ich kann Sie gar nicht beantworten, ich weiß gar nicht, wie Sie damit anfangen sollen. Sie beantworten? Sie wollen das aufführen, deswegen habe ich dieses Beispiel, wahrscheinlich sind meine Beispiele so sprunghaft und, 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 eben zu telegrammhaft. Ja, ich meine, Sie können nichts sagen zu jemandem, der sich, wie ich, Sie haben darauf einen Witz gemacht, eine gute Leute klatschen, okay. Aber es hat nur wirklich mit der Antwort nichts zu tun und mit der Frage auch nicht. Sie haben gesagt, warum wollen Sie etwas aufgeben, was Sie Ihr Leben lang getan haben. Daraufhin wollte ich Ihnen ein Beispiel geben und Ihnen sagen, Sie könnten das so verstehen, indem Sie etwa, oder jemand, der, obwohl es wirklich kein Vergleich ist, an den Leuten im Gefängnis, geht es schon wirklich dreikärer als Wunsch. Aber, ich meine, es ist, jeder hat seine Realität, nicht? Und es wäre langweilig, und ich will auch keiner mit langweilen, über das, auch wenn man hier Witze macht, was man ja ganz schön gelitten hat, wäre eine Sau auch in seinem Leben, nicht? Also das haben Sie wahrscheinlich aus meinem Buch auch verstanden. Gut, ich wollte das nicht mehr und ich habe mir das auch nie ausgesucht. Ich habe mir nie ausgesucht, Schauspieler zu sein. Ich habe immer versucht zu erklären, je klarer ich wurde im Bewusstsein, zu erklären von mir selbst und auch den Leuten, die mich danach gefragt haben, warum sind Sie denn das gewesen und warum denken Sie, dass Sie Schauspieler waren? Ich habe immer gesagt, ich habe die einzige Erklärung, die ich dafür finden konnte, war, dass ich wahrscheinlich, das, wie sagt man, es war ein Viren-Selbstschutz, der einem zugestimmt, der zugeteilt worden ist vom Schicksal, denn ich habe immer gesagt, ohne mich dazu zu genieren und ich glaube auch, wer darüber lacht oder wer sich nicht damit identifizieren kann, ist ein Vollidiot. Ich habe immer gesagt, ich hätte alles sein können in meinem Leben, das Furchtbarste auch, ich hätte jemanden umbringen können, alles. Und ich glaube, es ist einfach ein Ventil gewesen. Ein Ventil, was ich mir nicht ausgesucht habe. Also, es hat mich wahrscheinlich in meinem Leben vor vielen Dingen bewahrt, auch, in letzter Konsequenz. Also, wenn man das so sieht, kann man nicht mich fragen, warum wollen Sie etwas aufheben, was Sie ein Leben lang gemacht haben. Man kann höchstens sagen, mein Gott, endlich ist das hinter einem, verstehen Sie? Das finde ich, ja. Um nicht an Krebs zu sterben oder weiß ich woran, auch immer, oder weiß ich nicht, auch noch die Ehrenlegion auf den Sarg gelegt zu kriegen, der Ding, weiß ich was, oder das Dritter Kreuz, was man es hier nennt in dem Land, was weiß ich. Verstehen Sie? Also, es ist keine Frage und keine Antwort. Wenn Sie mein Buch richtig verstanden haben, ich nochmal wiederholen muss, ich bin sowieso nach einem etwaunterschiedenen Runger und Gart. Ja, ja, ja. Herr Kieske, es ist jetzt genügend, ich gucke auf die Uhr, wir haben den Titel wirklich genügend, wir haben ein bisschen gefragt, Teile von Antworten, wenig an Antworten bekommen, ganz spannend fand ich es trotzdem. Danke Ihnen, danke Ihnen, danke Ihnen, wir sehen uns wieder am 30. Juli. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.